Es begann mit einem Schritt. Aus der Reihe. Ich melde mich freiwillig, herz die Wut! Aus dem System. Auf den Ersten folgte ein Zweiter und ein Dritter. Das wird sich das in Flammen stellen! Und so ging es weiter. So lange, bis keine von uns mehr aufzuhalten war. Denn tief in unseren Herzen brannte etwas. Die epische Geschichte, die Millionen begeisterte. Mein Name ist Katniss Everdeen. Und das ist die Geschichte einer Revolution. Die Tribute von Panem, die komplette Saga, beginnt mit The Hunger Games. Freitag, 20.15 Uhr.